Gibt es denn irgendwas, wenn du jetzt so zurückblickst auf diese zwei Semester, was du anders machen würdest? Was würde ich anders machen? Also Finnland würde ich genauso wieder machen auf jeden Fall und Spanien, also wie gesagt, ich wollte nach Südamerika, also vielleicht würde ich das machen, aber auch das, ich habe da ja auch wieder viele Leute kennengelernt und auch wieder wahrscheinlich persönlich mich weiterentwickelt, deshalb bin ich jetzt da, wo ich bin, aber vielleicht wäre ich in eine andere Stadt gegangen, ich glaube Barcelona oder so in einem Lockdown ist vielleicht auch noch ein bisschen angenehmer mit dem Meer. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.